Ein ehemaliger Butler der königlichen Familie hat Prinz Harry und Meghan Markle vor Prinz Williams Ansichten gewarnt, wenn es um seine unmittelbare Familie geht. Ein ehemaliger Butler der königlichen Familie mit 21-jähriger Tätigkeit hat Isas Exus vor Prinz Williams Ansichten gewarnt, wenn es um seine unmittelbare Familie geht. Dies geschah, während die Beziehung zwischen Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle zur königlichen Familie angespannt war, seit sie 2020 als hochrangige Berufstätige Reuels zurückgetreten sind und sich schließlich in Montecito, Kalifornien, niedergelassen haben, wo sie mit ihren beiden kleinen Kindern leben. Der ehemalige Butler Paul Birre, der bis 1997 für William arbeitete, sagte gegenüber Kloser Magazine, William weiß, dass Harry nicht vertrauenswürdig ist, und er will keinen weiteren Ärger in seiner Familie. Der ehemalige Butler sagt auch, dass der Prinz von Wales auf eine Sache nicht hören wird, nämlich Hintergrundgeräusche, wobei der Herzog und die Herzogin von Sussex jetzt vielleicht in diese Kategorie fallen. Er fügte hinzu, William lässt sich keine unfairen Angriffe mehr von der anderen Seite des Atlantiks gefallen. Es interessiert ihn nicht mehr. Er hört nicht auf die Geräusche im Hintergrund, und genau das ist aus Harry und Meghan geworden.